Hier präsentieren wir die 5 beste Kaffee-Filter-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. NRP hoch 12 Tassen Siebboden permanent Kaffee-Filter. Der goldfarbene Kaffee-Filter wurde von NFP ausgewählt. Er ist universell mit den meisten Kaffeemaschinen mit Kaffee-Kompatibel, BPA-frei und umweltfreundlich. Das volle Aroma wird durch die Verwendung eines Siebbodens erreicht, der das Kaffee-Aroma durchscheinen lässt und so eine bessere Tasse Kaffee ermöglicht. Dank dieses Filters können mehr Öle und Aromen in Ihre Karaffe gelangen. Zur Verwendung setzen Sie einfach den Filterhalter in die Kaffeemühle und füllen ihn mit gemahlenem Kaffee. Der Filter lässt das Kaffee-Aroma durchscheinen und sorgt so für eine bessere Tasse Kaffee. Er trägt dazu bei, dass keine Papierfilter mehr benötigt werden. Nr. 4. Hario, VD02T, Kaffee-Filter A8 Kunststoff, Farblos, Zeiss 2, der Kaffee-Filter VD02T der Marke Hario ist aus Kunststoff gefertigt. Als Material wurde Acryl verwendet. Es gibt 4 verschiedene Farboptionen für den Filter. Braun, Rot, Weiß und Farblos sind einige der Optionen. Für die roten und weißen Filter werden Glasfilter verwendet. Es sind 3 Größen von Kunststoff-Kaffee-Filtern erhältlich. Der Behälter hat ein Fassungsvermögen von 400 ml. Bei der mittleren Größe wiegt der Artikel 200 g 12,19 x 11 x 12,5 cm sind die Abmessungen. Der Filter ist aus einem Stück gefertigt und bietet eine hervorragende Filterung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nr. 3. Melitta Filtertüten Original 1 x 4, 80 Stück. Die Melitta Filtertüten erhalten Sie in einem Paket mit 80 Filtertüten. Die Tüten haben einen Durchmesser von 14 Zoll. Dank des speziellen Aromabau-Filterpapiers erhalten Sie einen Kaffee mit einem herrlichen Duft. Darüber hinaus ist das Papier extrem reißfest. Nr. 2. E-Pranke Permanenter Kaffee-Filter Wiederverwendbare Handfilter aus Edelstahl Da dieser Kaffee-Filter aus rostfreiem Stahl besteht, kann er mehrfach wiederverwendet werden. So müssen Sie nicht ständig neue Filter kaufen. Der praktische Gummigriff ermöglicht eine einfache Handhabung und schützt den Benutzer vor Verbrennungen. Dank des Ständers passt der Kaffee-Filter auf die meisten Tassen, aber auch auf kleinere Kannen und Karaffen. Außerdem ist der Kaffee-Filter ganz einfach zu reinigen. Und die Nr. 1 unserer Liste. Scanpart Gold Tonfilter Größe 4 Der Scanpart Gold Tonfilter Größe 4 ist ein Dauerfilter, der den Kauf von Papierfiltern überflüssig macht. Das goldfarbene Metallgewebe dieses Dauerfilters kontrastiert mit dem schwarzen Kunststoffrahmen und Griff. Diese Materialkombination ist bei den meisten Dauerfiltern zu finden. Es handelt sich um einen Dauerfilter der Größe 4. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. DonA残gebung. Tschüss. Tschüss.